Hallo, ich bin die Sev. Hallo, ich bin die Emma. Wir sind Spielerinnen der Concordia Handballakademie. Was wir von Nuria und Alessia schon immer wissen wollten. Was ist eure grösste Angst? Wenn du alleine zuhause bist und im Keller unten das Licht abblaschen musst, dann musst du halt so im Dunkeln laufen. Ja, oder einfach allgemein im Dunkeln. Ich habe nie Angst, dass mir jemand so nahe läuft.